Wir haben eine Zeit von einer Stunde zehn, einer Stunde zwölf. Das ist immer noch eine super Zeit für alle, die die 3,8 Kilometer hier absolviert haben. Und es wird auch noch lange, lange voll bleiben am Schwimmausstieg. Gebt denen das, was sie verdient haben. Eine Menge Applaus mit für ihr großes Abenteuer, die Manova Ironman European Champion. Die, die jetzt da rauskommen, wenn sie um kurz nach sieben gestartet sind, haben eine Zeit von einer Stunde zehn, einer Stunde zwölf. Das ist immer noch eine super Zeit für alle, die die 3,8 Kilometer hier absolviert haben. Und es wird auch noch lange, lange voll bleiben am Schwimmausstieg. Gebt denen das, was sie verdient haben. Eine Menge Applaus mit für ihr großes Abenteuer. Eine Menge Applaus mit für ihr großes Abenteuer. Es würde meiner weißen Frau Lufi-Stadt und Sarah Brown die beiden Fängten zwischen uns gehen. Das ist nur noch ein Abstand von rund 80, 90 Metern. Also das große... Du bist der große Europameister-Faktor, die wir sagen, so immer wieder. Und dann, wir kommen mit der Römer. Ich denke, das ist einer von den most beautifulen Plänen in Frankfurt, besonders heute. Herr Franz, Herr Thieber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehört ihr alle zu Matze oder nur du hier vorne? Nur ihr zwei. Ihr seid adoptiert worden von Bärenherz. Das ist ja auch eine Ordnung. Werden laut für Tobias und Gianluca. You are an... Ich bin mit dir. You are an... Gehört ihr alle zu Matze oder nur du hier vorne? Nur ihr zwei. Ihr seid adoptiert worden von Bärenherz. Das ist ja auch eine Ordnung. Werden laut für Tobias und Gianluca. You are an Ironman. Für ihr zwei. Ihr seid adoptiert worden von Bärenherz. Das ist ja auch eine Ordnung. Werden laut für Tobias und Gianluca. You are an Ironman. Experience von Ab LinkedIn. Bärenherz. Uma G Decreckale glatt. Die Gruppe mit dem Bärenherz. Und die Bärenherz. Breazein. Vielen Dank.